Hallo ihr Lieben, es ist Zeit für ein neues Frühlingsrezept. Heute gibt es Pasta mit grünem Spargel. Ein klasse Gericht, was super in die Frühlingszeit passt. Und Dein Sparge-Liebe fange ich jetzt schnell an und wir sehen uns gleich. Für unsere Spargelpasta brauchen wir auf jeden Fall Nudeln. Ich verwende heute Tagliatelle. Wir brauchen grünen Spargel, Olivenöl, Knoblauch und Zwiebeln, etwas Haafersahne und Cherrytomaten. Auf jeden Fall frische Kräuter. Ich verwende heute Basilikum und Zitronenmelisse. Ein paar Pistazien. Ich verwende hier einen Mandelschlagrahmen. Das ist eine super Alternative zu Creme, Fresh oder Schmand. Und dann brauchen wir auf jeden Fall noch ein Kräutersalz, Pfeffer und Chili. Und jetzt kann es losgehen. Das ist eine super Alternative zu Creme. 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 Das ist eine super Alternative. Das ist eine super Alternative zu Creme. zusammentreffen, bin ich persönlich wunschlos glücklich. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir einen Daumen hoch da oder teilt dieses Video mit eurem Freundeskreis. Und morgen habe ich bereits ein neues Video für euch. Ich freue mich besonders. Also bis morgen und Tschüss!